Der Reis der Kirche Der Reis der Kirche Der Reis der Kirche Der Reis der Kirche Ich wollte mich übernehmen Sehr geehrter Herr Rabbin Asajster, lieber Jehuda Und Die Bundesfinanzminister und Freund von dem jirischen Gemeinde Und Feiertage Hebi Shalukah Musik 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 Das jüdische Lichterfest gibt uns allen die Möglichkeit, Zusammenhalt und Vielfalt zu feiern. In dieser Stunde, die Dunkelheiten kennt, sehen wir aber auch wunderbares Licht. Putin erreicht seine Kriegsziele in der Ukraine nicht, aber er hat in uns, in unseren Gesellschaften neue Solidarität entfacht und er hat die liberalen Demokratien auf der Welt wieder viel näher zusammengebracht. Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen. Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Lichterzünden ... In various spots stood Hitler and the Nazis and screamed death to the Jews and here we are today lighting the menorah. This is the spirit and the positive energy of the Jewish people and of tolerance for the future. ... ... ... ... Wir haben eine Chance.